Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warframe und weiter geht's mit Elyon, ne? Ne. Ne. Ich will nochmal Termino spielen. Ja. Go, go. Ui, schon wieder. Mensch, wir sind schon neu, Manny, dann müssen wir beide ins Bett. Oh, ja. So, und wieder die obligatorische Platte da. Gott. Was ist denn da gerade? Ähm, nym, nym, nym. Dingens, äh, 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 äh. Moodeln mit Schieger und Kahn. Ah, sehr gut. Warte mal. Es ist jetzt gerade natürlich, nee, das wäre, das wäre ja nicht. Nicht falsch gelaufen. Das wäre ja, ja. Alles klar, habe ich. Ja, sagst du denn, er veranschaltet. Ja, ich habe schon wieder einen getötet. Ich komme an, und alle, und alle sind schon tot, ey. Ich habe einen kaputt gemacht. Nein, mein Nerf ist hoch. Nein, aber ganz ehrlich, zu zweit ist es echt witziger. Ja, das stimmt. Ich kletter dich nochmal hoch, mach dich fertig. Komm her. Arschloch. Ui! Ui! Achso, dort unten. Ist alles schon erledigt? Warte mal, wir müssen ja jetzt hier dem Ausgutzeichen folgen. Oh, das ist noch einer. Ja. Ey, kaputt machst du den. Hä? Das ist ganz schön kaputt. Ja. Aber wir müssen das jetzt zum Ausgutzeichen, warte. Ihr Glitten hat der. What? Ausgutzeichen, renn von mir weg. Was ist denn da oben hoch? Kirchen wollte, das ist neun zugegen, aber das ist neun zugegen. Ah, du sollten aber eine deutsche Sprachausgabe machen, sonst versteht. Mensch, Deutsch. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Oh, die sind richtig scheiße hier, die Typen. Hab ich kaputt gemacht? Scheiße, komm her. Ja. Schindler-Juwirr-Judad. Nee, Greener sind da nicht Schindler-Judad. Es ist ein Greener. Ja, in dem Land, da hat man den Schwer. Ey. Schindler-Jugger, der wird der so rot. Ist ja wohl klar. als anrichtigkeitsweihende anstatt hinten ich gehe in zwei Tüten mit der reichschönen meiner einsatzfähigkeit durch achte rechts und in die Person ist weg er ist dahinten das Leben oh man 1 aber soll er abgarten und zumal was sollte man wohl gehört sie dann ja das und das geschießt eine Einzelte die man hat immer ich schütze jetzt aber nicht ne, brauchst du nicht die dein einzelmännchen sie macht das aus mein Buddy ist so wie heißt der denn eigentlich nochmal richtig ja komm mal ran, Warframe Warframe so war der auf die Geisel die hat die eigentlich so einen komischen Anzug und den Waffen ja ist auch komisch ne, vor allem weil wir dir keine Waffen gegeben haben also ich weiß nicht oh Digger, der hat mich hat gemasht ey der Arsch komm her du Mungo ja Muni Problem hat man eigentlich eher weniger, oder? später schon ernsthaft ja ich muss noch ein oh Digger, ich hab grad einfach ein richtig hart die zwei Teile weil ich habe ja komm also warte mal, wir müssen sowieso auf die andere Seite weil wir da oh oh ach was, ich muss da hinten zu gehen ja 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 dann gab es wissen so oft dass auch die haben ich mir von der und die hier schritt der headshot geben ich glaube das ist ein mädchen oder warte 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 aber er wird es ist es ist ein mädchen ich habe es gerade an der nase ausgemacht aber er hat auch ein bisschen andere aber echt die Bücher sind klein ich muss nichts machen ist so wertlos sie jetzt wir kommen rein reise ich schlage kommen jetzt klicken sie hat ich hätte er ich bin ich brauche ich bin aber wir müssen eine Konsole finden da als muss ich wieder sich als es im Knacken und eines ist so schwierig darauf ja er ist ja eine gleiche geile ein zeichnet wenn sie man gar nicht zwei oder so ist dürfen oder gar 18 ist dürfen irgendwann nur drei sterben auch schon fertig ja gut warte auf mitspieler jetzt wieder die richtig epische realistische abschlusssequenz hier stand ich bin mit xkw hochgekommen bin ich aber gar nicht ja mit der meine haupte auch nicht das stand da auch vielleicht bist du schon weiter also ein zweiter mensch du hast mehr schaden gedrückt als ich aber du hast ein bisschen mehr mensch das geht ja gar nicht da eingesetzte fähigkeiten 4 sehr gut machen wir erst lang ja aber so eine tollsteu äh tollsteu oder würde ich sagen wir gehen gleich nach Venus zu Venus genau oder wir machen hier den wirklich komplett fertig also komplett ist genau genau das würde ich gar nicht zum vergleichen auswählen mal gucken ok mir fehlt nur noch eine Mod-Kapazität für denn denn obwohl ich will die jetzt gerne kaufen kann ich die jetzt kaufen bringt mir das was fire rate ähm was bringt es mir wenn ich also bringt es mir was wenn ich eine Fähigkeit kaufe die ich nicht will brauche ich alle Fähigkeiten nacheinander wenn ich die anderen bekomme oder kann ich auch eine höhere Fähigkeit sparen äh wie kannst du denn sparen ja geht doch um diese Mod-Kapazität achso ja aber du kannst die ja immer wieder auswählen einfach nur und dann hast du sie ja wieder drin ach die Punkte ja ich kann einfach schwerstschluss wieder rausholen und gehe die Punkte wieder ja klar also die sind nicht weg oder so wenn du das meinst ich dachte ich benutze sie ja ne ne bitte mal aber ach so warte mal ach stimmt ja 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 warte mal du kannst jetzt hier die Teile auch so miteinander ähm verschmelzen lassen ne dafür brauchst du vielleicht kannst ja auf Mods mal klicken und dann kannst du auf halt die einzelnen Sachen und dann kannst du die halt Fusion mit irgendwas irgendwie das hier und dann mit dem 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 ja ja ist nicht so greif ja cool du kannst die Mods also auch entwaffnen voll geil naja ich glaub das mach ich jetzt erstmal noch nicht gut dann würde ich sagen ne Benni dein Stichwort das ist das andere Stichwort du sollst dich verabschieden ich dachte Stichwort weißt du naja okay ja tschüss tschüss haut rein tschüss 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 tschüss